Ich bin am Telefon! Und was soll das jetzt genau bedeuten? Mit meinen Superkräften hätte ich ganz leicht meine Mitbewohner retten können, aber ich war nicht reaktionsfähig. Warum? Na ganz einfach, weil ich Marihuana rauche. Glaubt ihr immer noch? Du bist sicher. Ja, ich bin einfach die Zeit, aber es kann jetzt auch die Zeit kommen. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ...... 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 ......... 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 ............ ......... 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 ............ ......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............... ............... ............ ............ ............ ............ ............ ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...... ......... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.